Das ist der Jesus, ein Hundeopi, Schäferhund Mischling, 16 Jahre alt schon, wartet hier im Pirna Tierheim auf eine neue Familie, ist ein ganz netter Kerl, hat halt schon ein paar Wehwehchen, ist ein alter Hund, sucht nochmal ein Zuhause, wo er ankommen kann, ebenerdig, ein bisschen ruhig, also kein Chaos, keine lauten Kinder, keine anderen Hunde und dann ist er aber wirklich ein ganz toller Hund. Also Jesus aus dem Tierheim Pirna sucht eine neue Familie. Das ist der Jesus, das ist der Jesus.